Die kennen wir. Die kennen wir, wenn Leute beim Autofahren alleine im Auto sitzen so eine Maske haben, beim Fahrradfahren im Park und so weiter. Nun macht es wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn, Masken im Freien zu tragen. Herzlich willkommen bei HelloMeinung. Das kommt nicht von mir, sondern das kommt von Dr. Gerhard Scheuch. Er ist Physiker und gilt als einer der führenden Aerosol-Experten in Deutschland. Und er hat dem SWR1 ein Interview gegeben. Ich wiederhole mich, wissenschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn, Masken im Freien zu tragen. Und das gebe ich denjenigen, die beim Autofahren alleine im Auto sitzen, Fahrradfahrer oder im Park oder wenn sie joggen oder auf Parkplätzen. Es ist schon erstaunlich. Da heißt es also folgendes, SWR1 fragt, sind die kleinen Schwebeteilchen, die sogenannten Aerosole, die beim Sprechen ausgestoßen werden durch die Virusmutation jetzt noch gefährlicher, wenn sich jemand mit Corona infiziert? Also Mutation B.1.1.7 und die britische, die brasilianische und die, naja, was noch für alles für Varianten? Das glauben wir eigentlich nicht, sagt Gerhard Scheuch. Also ich wiederhole, einer der führenden Aerosol-Experten in Deutschland. Das glauben wir eigentlich nicht. Wir glauben im Augenblick, dass durch die Mutation, dass Infektiosität einfach länger ist. Das heißt, der Mensch, der ansteckend ist, ist länger ansteckend, also einen Tag vorher, zwei Tage danach. Das ist vermutlich diese Gefährlichkeit der Mutation. Also ich finde es gut, dass das mal so relativiert wird. Gut. Ja, und dann heißt es, der Herr Scheuch sagt dann, kommt die Frage, schützt die einfache medizinische Maske genauso gut wie die FFP2-Maske? Also diese FFP2-Maske Söder in Bayern müssen wir ja hier tragen, egal wo wir sind. Das kommt immer darauf an, wie gut man die Maske aufzieht. Das stimmt. Das Maskenmaterial selbst ist nur ein Faktor, der die Aerosolpartikel zurückhält. Wenn man die Maske locker aufsetzt, dass der Atemstrom nicht dadurch das Material durchgeht, sondern an der Maske vorbei, dann ist die Maske relativ unwirksam. Das kennen wir. Nun kommt es aber. Leider bekommen wir diese Masken nie so dicht, wie wir sie eigentlich müssten. Diese FFP2-Masken an die Gesichtsform müsste sie angepasst werden. Das Maskenmaterial ist ein Faktor. Der Dichte sitzt der Maske ein anderer. Ich persönlich, sagt der Herr Scheuch, ich persönlich glaube, dass die FFP2-Masken überbewertet werden. Wo haben wir ihn? Den haben wir hier. Sie werden überbewertet. Übertragung des Virus im Innenraum, ein Problem im Außenbereich, kann man sie nicht infizieren. Das haben 7000 Infektionen untersucht und dabei war eine einzige im Außenbereich. Also das ist schon erstaunlich und wir kriegen das hier auferlegt, dass wir hier die Masken tragen sollen, zu jeder Gegebenheit, was Außen angeht. Und das finde ich schon recht gut, hier mal deutsch zu reden. Also, dass die Masken soweit im Außenbereich wenig Sinn machen. Ich frage mich, warum wird es dann von Politikern so aufgegeben und wenn ein führender Physiker, was die Masken in dem Bereich und die Aerosole angeht, sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dann frage ich mich, warum Söder und Konsorten sich nicht danach richten? Vielleicht haben sie was mit der Maskenbeschaffung zu tun? Könnte das sein? Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal und ist schön, dass er uns unterstützt. Nur so können wir unsere Arbeit machen. Aber nachdenken und wenn ihr jemanden seht, der mit der Maske im Park umherläuft, sagt, pass mal auf, da gibt es den Dr. Gerhard Scheuch, er ist Physiker. Schau dir das mal an im SWR 1 und korrektiv SWR 1, dann könnt ihr die verklagen, wenn irgendwas ist. Danke, sagt Peter Weber.